Hier bin ich auch wieder, und... Ja... Mach doch die Tür auf, oder Tor... Tor! Wow! Danke! Ich glaub' mein Schwein. Ich bin ein bisschen ungewohnt. Ich weiß nicht, was da ist. Kommt irgendwelche nach? Hier wieder zugesperrt. Meine Güte! Die Zitadelle! Er hat's schon geschafft. Ups! Boah, die stampft da was zusammen. Hups! Und rutschen! Hui! Cool! Hups! Hatten wir es? Ich muss auf jeden Fall hier lang. Mit da! Ah ja! Und da lang! Hm... Oh! Beinahe wär' ich davon zerstampft. Gordon Freeman lebt gefährlich. Also hier will ich nicht wohnen. Viel zu laut. Ach... Da geht's lang. So ist'n da so hell. Hier ist so ein Klopf und so ein Ding, 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 Ding. Das Ding, Ding, Ding wird lauter. Ah! Scheiße! Ich fall' aber schön tief. Nein! Nein! Ich bin total doof! Ich komm' schon wieder drauf. Ich wollt' einfach mal gucken. Ah... Da hat man's! Was ist das? Ist das ein Zug? Ist es ein Vogel? Nö! natürlich kann vorliegen noch kein Moment der Kaffee sich wieder gemeldet die Kumpel ist die Pferde klären das sind also das kommt die ganze Zeit so komisch hat mir gar nicht da muss ich wo rein ich bin ja eingequetscht jetzt fahre ich Achterbahn außerirdische Achterbahn Spanner oh ne ich fahre ich komme in ein helles Licht rein geh nicht in das Licht nein Pinkel reingegangen wow ist ganz schön tief wow warum ich bin ziemlich langsam schneller was sind das für Wichsgestalten ach wieder die magersüchtigen sage ich dir nochmal weil die sind so magersüchtig dagegen jetzt habe ich vermasselt das wird schneller das sind wie das sind Stalker was sind das für Dinger wow Strider wie süß nicht so nah nicht so nah ich komme noch in den Weg rein was sind das für ein Ding wow wow hallo kombine hier bin ich hier bin ich hier bin ich hier bin ich sehen ich gar nicht boah hier sind noch Gunchips die sind schon irgendwie gezüchtet boah wieder diese dünnen Dinger äh die züchtet man nicht die die züchtet man die die wird nicht gebaut die werden eher gezüchtet und hier ist auch dieser Zug Achtung und und ich volle wow danke jetzt beginnt die Schießerei ey wieso kann ich mich nicht bewegen was nicht registrierte Waffen ich habe einen Waffenschein und wie das Regen auch nein nicht das nicht meine ach nicht meine nicht meine äh nicht meine Raketenwerfer nicht meine Schrotflinte nein was ist und nicht meine Gravitron hier wird ja blau ey cool was macht die jetzt was kann die jetzt wo auch mein ich bin nur damit bewaffnet oh wie nice friss eigene kombines so this is dr freeman atlas shuttlehunt i wish i could say this was a pleasant surprise but it's neither a surprise nor as you will surely agree very pleasant well i have nothing if not pragmatic wiii der fliegt der kombine davon bam tschüss oh wow wo ist anzug ich bin überladen was ich habe nur einen schuss abgegeben ich kämpfe die kombines mit ihren eigenen komm mal schön her Tschüss. Oh, das ist nice. Das ist so geil. Verschwinde. Ich will dein hässliches Gesicht nicht mehr sehen. Was machen wir mit dir, kleiner Fong? Wieder zu mir und tschüss. Lass dich auf in der Brausetablette. Lass dich auf in der Brausetablette. Hoi, tschüss. Cool. Upp. Ha, 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 ha. Böse. Ich bin so böse, ey. Ich habe die Macht. Boah. Das ist jetzt so stark. He, he. Hoi. U, 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 ha. Kommt. Tschüss. Boah, ich kann die ganzen Konsolen aus der Wand reißen. Boah. Da muss alles gepfandet werden. Halt die Fresse, du Hurensohn. Ich will dein hässliches Gesicht nicht mehr sehen. Verschwinde. Oh. Wirklich ins Knie, du. Du Rentner. Oh. Bang. Oh. 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 Ich habe einen Kumpel hier. Bang. Boah. Meine, ich sage jetzt so viel Boah. Wie noch nie. Ich brauche Leben. Ich brauche Leben, ich brauche Leben, ich brauche Leben. Komm her, komm her, komm her. Und hui. Kommt ein Combine angeflogen. Fällt nieder auf mein Fuß. Ah, scheiße. Wo, 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 wo. Ich seh nix. Ups, wurde aufgelöst. Oh. Oh, verdammt. Komm her, hui. Flieg davon, sei frei. Ups. Okay, sei aufgelöst. Und hui. Oh, jetzt spiel ich mit Combined. Ich denke, ich... Oh, das gibt nicht passiert voll. Am besten im toten Winkel aufhalten. Wow, wow, zusch, zusch. Komm her, komm her. Fliss dann einfach mal. Ich hab ihn mit dem Combine getroffen. Hallo, ich hab hier sowas. Speichern. Und zieh mich langsam. Die Zukunft, wo Aufzüge ziemlich langsam sind. Okay, ich... Muss jetzt hier... Ab... Ähm... Wir sehen uns im nächsten Part. Tschüss.